Also die Bürgerstiftung Hamburg fördert das Playfestival seit vielen Jahren, weil unsere Förderzielgruppe Kinder und Jugendliche, Schüler und Schülerinnen gerne beim Playfestival gesehen wird und im Rahmen von Workshops jährlich mit dabei sind und mitgestalten können. Inhalten bedeutet für mich sich Zeit nehmen, seine Umgebung bewusst wahrzunehmen, Details wahrzunehmen und alles was zu meinen herum passiert zu entdecken und deswegen freue ich mich besonders auf das diesjährige Playfestival, weil wir an einem schönen Ort eine Menge zu entdecken haben werden. Für das Ultimate Tournament für den Festival Freitag habe ich mir das Luftmonster ausgedacht und das packe ich in den Pixel. Freitag